Musik So wie ich es verstanden habe, geht es eben darum, um nicht unbedacht und unreflektiert irgendwelche eingetüteten Fächer zu studieren, sondern insbesondere auch die Ökonomie als eine in der Gesellschaft eingebettete Tätigkeit zu begrafen, folgedessen auch ganz anders methodisch und methodologisch daran zu gehen. Das ist das eine und das andere, und das kann man dann zusammen sehen, Wissenschaft nicht losgelöst von Praxis, von Umsetzung, von Lösungen zu sehen, sondern das auch zusammen zu sehen, was dann automatisch dazu führt. Und das ist ein Ansatz, der mir sehr nahe ist, dass Wissenschaft sowieso interdisziplinär gesehen wird und nicht mehr eng in kleinen Kanälen gesehen werden kann, weil die Welt ist nicht in kleinen Kanälen, aber auch transdisziplinär, also in Zusammenarbeit auch mit Vertretern von Wissensträgern in der Gesellschaft. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil in den letzten Jahrzehnten ist unter dem Aspekt der ökonomischen Effizienz fast der Geist aus den Hochschulen getrieben worden. Alles muss ökonomischen Arbeitsmarktverhältnissen angepasst werden, alles muss ganz schnell gehen und das Prinzip des Wettbewerbs wurde überall sowohl zur Motivierung etabliert, als auch angeblich zur Leistungssteigerung und dann auch Leistungsmessung oder Leistungsmessung. Leistungseinschätzung. Das alles finde ich sehr stupide und es hat sehr zerstörerisch gewirkt. Ich glaube, wir als Menschen und als Gesellschaft sind wir mehr denn je darauf angewiesen, dass wir die Vielfalt der Herausforderungen überhaupt erst begreifen, auch miteinander austauschen, diese Interpretation, das liegt ja nicht alles auf der Hand, aber dann auch uns gegenseitig ergänzen und nicht kooperativ arbeiten und nicht immer gegeneinander und Konkurrenz, um irgendwelche individuellen Vorteile in der Karriere zu haben. Das alles ist notwendig, aber der Trend geht gegenwärtig gerade, was die Karrieremuster in der Wissenschaft angeht, in die andere Richtung und es ist sehr begrüßenswert und sehr mutig und sehr unterstützenswert, wenn die Hochschule, die Cousinus-Hochschule da einen ganz anderen Weg gehen will und auch offensichtlich bei vielen jungen Menschen auf großes Interesse stößt. Die großen Herausforderungen der Welt ist, sich zu verständigen und Frieden zu bringen und Frieden zu halten und damit auch Leben zu erhalten und für Menschen ein lebenswertes Leben zu ermöglichen und zwar überall. Das sind die großen Herausforderungen. Wir können es nicht mehr in einem Land oder in einem Dorf, wir können es nur noch global machen, zugleich können wir eigentlich nicht überall was bestimmen, sondern wir müssen eine Verbindung von den Bereichen, wo wir auch demokratisch mitbestimmen können, zum Beispiel Gemeinden, Städte und so weiter und allem, was die globale Dimension angeht, Afrika, Asien. Das müssen wir verbinden in zum Beispiel Herausforderungen wie der Ökologie und dem Klima. Das können wir auch, indem wir eben in Dörfern Innovationen machen, sowohl in Afrika als auch bei uns, indem wir überall versuchen, für eine bessere Form der Politik, für eine Better Governance zu sorgen. Und das ist auch alles eigentlich sehr interessant, finde ich, und sehr, sehr für mich auch erfreulich. Aber gegenwärtig herrscht so sehr ein ökonomisches Effizienz- und Karrieredenken vor, dass das verdeckt wird. Aber die Herausforderungen müssen wir meistern. Wir sehen, wie viele Konflikte, tödliche Konflikte es in der Welt gibt, wie viel Hunger, auch wenn zum Teil der Hunger eingeschränkt worden ist. Aber die Konflikte haben sich ja multipliziert und dagegen müssen wir angehen. Ich denke, dass die Kusanus-Hochschule wie andere Initiativen, die es ja auch gibt, aber da ganz wichtig ist, es ist nicht so, dass die großen Institutionen das Entscheidende sind. Ich glaube, solche kleinen, aber dafür sehr geistreichen und energiegetragenen Institutionen können sehr ansteckend wirken, können sehr auf andere einwirken, können auch vermutigend wirken auf andere junge Menschen, die das machen wollen. Insofern glaube ich sehr an die, gerade an die kleineren Initiativen. Die Kusanus-Hochschule hat es nicht leicht, ihre finanzielle Grundlage zu finden. Das ist einfach überall bei diesen privaten Initiativen, die eben auf Gemeinwohl aus sind und solche Ziele und die nicht einfach gute Betriebswirte schaffen wollen. Die Business-Schools haben es meistens viel leichter und die werden dann auch von Unternehmen bezahlt, während überall da, wo es eben nicht sich sofort rentiert, es schwer ist, Finanzierung zu finden. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie das vor allen Dingen, wenn sie aktiv mit den Studierenden zusammenarbeitet, schafft und dass sie in fünf Jahren ungefähr das eineinhalbfache der Studierenden, knapp zweifache vielleicht der Studierenden hat, dass sie möglicherweise auch noch eine günstigere Verzahnung der Fächer hat. Das ist ja auch nicht ganz leicht, das wirklich zu verzahnen und dass sie dann schon einen Namen bekommen hat in Deutschland, der dazu führen wird, dass immer mehr sagen werden, das ist ein Ort wirklich geistiger Erneuerung und auch dann schließlich auch für die Berufsausbildung ein wichtiger Ort. Mehr sagen, schei청, 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 cho退 Untertitelung des ZDF, 2020